Und das Wort Licht. So, wir sind wieder, immer noch im Zuschauerraum des Ernst-Deutsch-Theaters zu Hamburg in Reihe 2, Platz 11, weil hier am meisten Licht von oben runterscheint und ich dann die Kerze nicht so sehr brauche. Heute mit Teil 5. Heute mit Teil 6. Sehr schön. Gut. Bei Tienappels. Und von Hans Castorps sittlichem Befinden. Zu seinem Schaden geschah es nicht, denn er kam zu Konsul Tienappel ins Haus, seinem bestellten Vormund und hatte da nichts zu vermissen. In Hinsicht auf seine Person gewiss nicht und ebenso wenig, was die Betreuung seiner weiteren Interessen betraf, von denen er noch nichts wusste. Denn Konsul Tienappel, ein Onkel von Hansens seliger Mutter, verwaltete die Castorpsche Hinterlassenschaft. Er brachte die Immobilien zum Verkauf, nahm auch die Liquidation der Firma Castorp und Sohn Import und Export in die Hand. Und was er herausschlug, waren noch ungefähr 400.000 Mark, Hans Castorps Erbe, das Konsul Tienappel in Mündel sicheren Papieren anlegte, indem er seiner verwandtschaftlichen Gefühle unbeschadet an jedem Quartalsbeginn 2% Provision von den fälligen Zinsen für sich in Abzug brachte. Das Tienappelsche Haus lag im Hintergrund eines Gartens am Harwesterhuder Weg und blickte auf eine Rasenfläche, in der auch nicht das kleinste Unkraut geduldet wurde, auf öffentliche Rosenanlagen und dann auf den Fluss. Der Konsul ging jeden Morgen, obgleich er schönes Fuhrwerk besaß, zu Fuß in sein Geschäft in der Altstadt, um doch ein bisschen Bewegung zu haben, denn manchmal litt er an Blutstauungen im Kopfe und kehrte um 5 Uhr abends auch so zurück, worauf bei Tienappels mit aller Kultur zu Mittag gegessen wurde. Er war ein gewichtiger Mann, in beste englische Stoffe gekleidet, mit wasserblau vorquellenden Augen hinter der goldenen Brille, eine blühende Nase, grauem Schifferbart und einem feurigen Brillanten an dem gedrungenen kleinen Finger seiner Linken. Seine Frau war längst tot. Er hatte zwei Söhne, Peter und James, von denen der eine bei der Marine und wenig zu Hause, der andere im väterlichen Weinhandel tätig und designierter Erbe der Firma war. Den Hausstand führte seit vielen Jahren Chaleen, eine Goldschmiedstochter aus Altona mit weißen Stärkrüschen um ihre walzenförmigen Handgelenke. Sie stand dafür ein, dass der Frühstücks- und Abendtisch reichlich mit kalter Küche, mit Krabben und Lachs, Aal, Gänsebrust und Tomatoketchup zum Rostbeef bestellt war. Sie hatte ein wachsames Auge auf die Lohndiener, wenn Herrendinner bei Konsultin Appel war. Und sie war es auch, die bei dem kleinen Hans Kastorp, so gut sie konnte, Mutterstelle vertrat. Hans Kastorp wuchs auf bei miserablem Wetter, in Wind- und Wasserdunst wuchs auf im gelben Gummimantel, wenn man so sagen darf, und fühlte sich im Ganzen recht munter dabei. Ein bisschen blutarm war er wohl von Anfang an, das sagte auch Dr. Heidekind, und ließ ihm täglich zum dritten Frühstück nach der Schule ein gutes Glas Porter geben. Ein gehaltvolles Getränk, wie man weiß, dem Dr. Heidekind blutbildende Wirkung zuschrieb und das jedenfalls Hans Kastorps Lebensgeister auf eine ihm schätzenswerte Weise besänftigte. Seiner Neigung zu dösen, wie sein Onkel Tien Appel sich ausdrückte, nämlich mit schlaffem Munde und ohne einen festen Gedanken ins Leere zu träumen, wohltuend Vorschub leistete. Sonst aber war er gesund und richtig. Ein brauchbarer Tennisspieler und Ruderer, wenn er auch lieber statt selber die Riemen zu handhaben, an Sommerabenden bei Musik und einem guten Getränk auf der Terrasse des Uhlenhorster-Fährhauses saß und die beleuchteten Boote betrachtete, zwischen denen Schwäne auf dem bunt spiegelnden Wasser dahin zogen. Und wenn man ihn sprechen hörte, gelassen, verständig, ein bisschen hohl und eintönig, mit einem Anflug von platt, Ja, wenn man ihn auch nur ansah in seiner blonden Korrektheit, mit seinem gut geschnittenen, irgendwie altertümlich geprägten Kopf, in dem ein ererbter und unbewusster Dünkel sich in Gestalt einer gewissen trockenen Schläfrigkeit äußerte, so konnte kein Mensch bezweifeln, dass dieser Hans Castorp ein unverfälschtes und rechtschaffenes Erzeugnis hiesigen Bodens und glänzend an seinem Platze war. Er selbst hätte es, wenn er sich daraufhin auch nur geprüft hätte, nicht einen Augenblick lang bezweifelt. Die Atmosphäre der großen Meerstadt, diese feuchte Atmosphäre aus Weltkrämer, Tum und Wohlleben, die seiner Väter Lebensluft gewesen war, eratmete sie mit tiefem Einverständnis, mit Selbstverständlichkeit und gutem Behagen. Die Ausdünstungen von Wasser, Kohlen und Teer, die scharfen Gerüche gehäufter Kolonialwaren in der Nase, sah er an den Hafenkeis ungeheure Dampfdrehkrane, die Ruhe, Intelligenz und Riesenkraft dienender Elefanten nachahmen, indem sie Tonnengewichte von Säcken, Ballen, Kisten, Fässern und Ballons aus den Bäuchen ruhender Seeschiffe in Eisenbahnwagen und Schuppen löschten. Er sah die Kaufmannschaft in gelben Gummimänteln, wie er selbst einen trug, um Mittag zur Börse strömen, wo selbst es scharf herging seines Wissens und jemand ganz leicht Veranlassung bekommen konnte, in aller Eile Einladungen zu einem großen Dinner zu verschicken, um seinen Kredit zu fristen. Er sah, und hier lag ja später sein besonderes Interessengebiet, des Gewimmel der Werften, sah die mammutleiber gedockte Asien- und Afrikafahrer, turmhoch, Kiel und Propeller entblößt, von baumdicken Streben gestützt, in ihrer monströsen Unbehilflichkeit auf dem Trockenen, bedeckt mit zweckhaften Heeren scheuernder, hämmernder, tünchender Arbeiter, sah auf den überdachten Hellings von rauchigem Nebel umsponnen, die spannten Skelette entstehender Schiffe ragen und Ingenieure Konstruktionszeichnung und Lenztafel zur Hand den Bauleuten ihre Weisungen geben. Vertraute gesichtet dies alles für Hans Castorp von Jugend auf und lauter Empfindungen gemütlich heimatlicher Zugehörigkeit in ihm erweckend, Empfindungen, die ihren Höhepunkt etwa in jener Lebenslage fanden, wenn er Sonntagvormittags mit James Teen Appel oder seinem Vetter Zimsen, Joachim Zimsen, im Alster-Pavillon warme Rundstücke mit Rauchfleisch nebst einem Glase alten Portweins frühstückte und sich danach mit Hingebung an seiner Zigarre ziehend im Stuhle zurücklehnte. Denn namentlich darin war er echt, dass er gern gut lebte, ja seines dünnblütig verfeinerten Äußern ungeachtet innig und fest wie ein schwelgerischer Säugling an der Mutterbrust an des Lebens derben Genüssen hing. Bequem und nicht ohne Würde trug er auf seinen Schultern die hohe Zivilisation, welche die herrschende Oberschicht der Handel treibenden Stadtdemokratie ihren Kindern vererbt. Er war so gut gebadet wie ein Baby und ließ sich von jenem Schneider kleiden, der das Vertrauen der jungen Leute seiner Sphäre besaß. Der kleine, sorgfältig gezeichnete Wäscheschatz, der in die englischen Züge seines Schrankes bargen, ward von Schaleen aufs Beste betreut. Noch als Hans Castorp auswärts studierte, schickte er ihn regelmäßig zur Reinigung und Ausbesserung nach Hause. Denn seine Maxime war, dass man außer in Hamburg im Reiche nicht zu bügeln verstehe. Und eine aufgeraute Stelle an der Manschette eines seiner hübschen farbigen Hemden hätte ihn mit heftigem Unbehagen erfüllt. Seine Hände, obgleich nicht sonderlich aristokratisch in der Form, waren gepflegt und frisch von Haut, mit einem Kettenring aus Platin und dem großväterlichen Erbsiegelring geschmückt und seine Zähne, die etwas weich waren und mehrfach Schaden gelitten hatten, mit Gold ergänzt. Im Stehen und Gehen schob er den Unterleib etwas vor, was einen nicht eben strammen Eindruck machte, aber seine Haltung bei Tische war ausgezeichnet. Er wandte den aufrechten Oberkörper höflich dem Nachbarn zu, mit dem er plauderte, verständig und etwas platt, und seine Ellenbogen lagen leicht an, während er sein Stück Geflügel zerlegte oder geschickt mit dem dazu bestimmten Tafelgerät das rosige Fleisch aus einer Hummerschere zog. Sein erstes Bedürfnis nach beendeter Mahlzeit war die Fingerschale mit parfümiertem Wasser, das zweite die russische Zigarette, die unverzollt war und die er unter der Hand auf dem Wege gemütlicher Durchstecherei bezog. Sie ging der Zigarre voran, einer sehr schmackhaften Bremer Marke namens Maria Mancini, von der noch die Rede sein wird und deren würzige Gifte sich so befriedigend mit denen des Kaffees vereinigten. Hans Castorp entzog seine Tabakvorräte den schädlichen Einflüssen der Dampfheizung, indem er sie im Keller aufbewahrte, wohin er jeden Morgen hinabstieg, um seinem Etui den Tagesbedarf einzuverleiben. Nur widerstrebend hätte er Butter gegessen, die ihm in einem Stück und nicht vielmehr in Form geriefelter Kügelchen vorgesetzt worden wäre. Man sieht, dass wir darauf denken, alles zu sagen, was für ihn einnehmen kann. Aber wir beurteilen ihn ohne Überschwang und machen ihn weder besser noch schlechter, als er war. Hans Castorp war weder ein Genie noch ein Dummkopf. Und wenn wir das Wort mittelmäßig zu seiner Kennzeichnung vermeiden, so geschieht es aus Gründen, die nicht mit seiner Intelligenz und kaum etwas mit seiner schlichten Person überhaupt zu tun haben, nämlich aus Achtung vor seinem Schicksal, dem wir eine gewisse überpersönliche Bedeutung zuzuschreiben geneigt sind. Sein Kopf genügte den Anforderungen des Realgymnasiums, ohne sich überanstrengen zu müssen, aber dies zu tun wäre er auch ganz bestimmt unter keinen Umständen und um keines Gegenstandes willen geneigt gewesen. Weniger aus Furcht, sich wehzutun, als weil er unbedingt keinen Grund dazu sah oder richtiger gesagt keinen unbedingten Grund. Und eben darum vielleicht mögen wir ihn nicht mittelmäßig nennen, weil er das Fehlen solcher Gründe auf irgendeine Weise empfand. Der Mensch lebt nicht nur sein persönliches Leben als Einzelwesen, sondern bewusst oder unbewusst auch das seiner Epoch- und Zeitgenossenschaft. Und sollte er die allgemeinen und unpersönlichen Grundlagen seiner Existenz auch als unbedingt gegeben und selbstverständlich betrachten und von dem Einfall Kritik daran zu üben, so weit entfernt sein, wie der gute Hans Castorp es wirklich war, so ist doch sehr wohl möglich, dass er sein sittliches Wohlbefinden durch ihre Mängel vage beeinträchtigt fühlt. Dem einzelnen Menschen mögen mancherlei persönliche Ziele, Zwecke, Hoffnungen, Aussichten vor Augen schweben, aus denen er den Impuls zu hoher Anstrengung und Tätigkeit schöpft. Wenn das Unpersönliche um ihn her die Zeit selbst der Hoffnungen und Aussichten bei aller äußeren Regsamkeit im Grunde entbehrt, wenn sie sich ihm als hoffnungslos, aussichtslos und ratlos heimlich zu erkennen gibt und der bewusst oder unbewusst gestellten, aber doch irgendwie gestellten Frage nach einem letzten, mehr als persönlichen, unbedingten Sinn aller Anstrengung und Tätigkeit ein hohles Schweigen entgegengesetzt, so wird gerade in Fällen redlicheren Menschentums eine gewisse lähmende Wirkung solches Sachverhalts fast unausbleiblich sein, die sich auf dem Wege über das seelisch-sittliche geradezu auf das physische und organische Teil des Individuums erstrecken mag. Zu bedeutender, das Maß des schlechthin gebotenen überschreitender Leistung aufgelegt zu sein, ohne dass die Zeit auf die Frage, wozu, eine befriedigende Antwort wüsste. Dazu gehört entweder eine sittliche Einsamkeit und Unmittelbarkeit, die selten vorkommt und heroischer Natur ist, oder eine sehr robuste Vitalität. Und weder das eine noch das andere war Hans Castorps Fall. Und so war er denn doch wohl mittelmäßig, wenn auch in einem Recht ehrenwerten Sinn. Wir haben hier nicht nur von des jungen Mannes inneren Verhalten während seiner Schulzeit, sondern auch von den darauffolgenden Jahren gesprochen, als er seinen bürgerlichen Beruf schon gewählt hatte. Was seine Laufbahn durch die Klassen betraf, so musste er die eine oder andere davon sogar repetieren. Im Ganzen aber halfen seine Herkunft, die Urbanität seiner Sitten und schließlich auch eine hübsche, wenn auch leidenschaftslose Begabung für Mathematik ihm vorwärts. Und als er das einjährigen Zeugnis hatte, beschloss er, die Schule durchzumachen. Hauptsächlich die Wahrheit zu sagen, weil damit ein gewohnter, vorläufiger und unentschiedener Zustand verlängert und Zeit zu der Überlegung gewonnen wurde, was denn Hans Castorp am liebsten werden wollte. Denn das wusste er lange nicht recht, wusste es auch in der obersten Klasse noch nicht. Und als es sich dann entschied, dass nämlich er sich entschieden hätte, wäre beinahe schon zu viel gesagt, fühlte er wohl, dass es sich ebenso gut anders hätte entscheiden können. Aber so viel war ja richtig, dass er an Schiffen immer großes Vergnügen gehabt hatte. Als kleiner Junge hatte er die Blätter seiner Notizbücher mit Bleistiftzeichnungen für Fischerkuttern, Gemüseewern und Fünfmastern gefüllt. Und als er mit 15 Jahren von einem bevorzugten Platzer aus hatte zusehen dürfen, wie der neue Doppelschrauben-Postdampfer Hansa bei Blom und Voss vom Stapel lief, da hatte er in Wasserfarben ein wohlgetroffenes und bis weit ins Einzelne genaues Bildnis des schlanken Schiffes ausgeführt, das Konsultin Appel in sein Privatkontor gehängt hatte und auf dem namentlich das transparente Glasgrün der rollenden See so liebevoll und geschickt behandelt war, dass irgendjemand zu Konsultin Appel gesagt hatte, das sei Talent. und daraus könne ein guter Marinemaler werden. Eine Äußerung, die der Konsul seinem Pflegesohn ruhig wiedererzählen konnte, denn Hans Kastorp lachte bloß gutmütig darüber und ließ sich auf Überspanntheiten und Hungerleiderideen auch nicht einen Augenblick ein. Viel hast du nicht, sagte sein Onkel Tin Appel manchmal zu ihm. Mein Geld bekommen im Wesentlichen mal James und Peter. Das heißt, es bleibt im Geschäft und Peter bezieht seine Rente. Was dir gehört, liegt ja ganz gut und trägt dir was Sicheres. Aber von Zinsen zu leben? Dabei ist heutzutage kein Spaß mehr, wenn man nicht wenigstens fünfmal so viel hat wie du. Und wenn du was vorstellen willst hier in der Stadt und leben, wie du es gewohnt bist, dann musst du ordentlich zuverdienen. Das merk du, lieber mein Söhn. Hans Castorp merkte es sich und sah sich nach einem Beruf um, mit dem er vor sich selbst und den Leuten bestehen könnte. Und als er einmal gewählt hatte, es geschah auf Anregung des alten Wilms in Firma Tunder und Wilms, der nämlich am sonnabendlichen Whistisch zu Konsultinen Appel sagte, Hans Castorp soll er doch Schiffbau studieren, das sei eine Idee und bei ihm eintreten, dann wolle er wohl auf den Jungen ein Auge haben. Da dachte er sehr hoch von seinem Beruf und fand, dass es zwar ein verdammt komplizierter und anstrengender, dafür aber auch ein ausgezeichneter, wichtiger und großartiger Beruf sei und für seine friedliche Person jedenfalls bei weitem dem seines Vätters Ziem sind vorzuziehen, Stiefschwestersohns seiner seligen Mutter, der durchaus Offizier werden wollte. Dabei war Joachim Ziemsen nicht mal ganz fest auf der Brust, aber eben darum mochte ein Freiluftberuf, bei dem von geistiger Arbeit und Anspannung kaum ernstlich die Rede sein konnte, denn wohl das Richtige für ihn seien, wie Hans Castorp mit leichter Geringschätzung urteilte, denn vor der Arbeit hatte er den allergrößten Respekt, obwohl ihn persönlich die Arbeit ja leicht ermüdete. Wir kommen hier auf unsere Andeutung von früher zurück, die nämlich auf die Vermutung zielten, dass Beeinträchtigungen des persönlichen Lebens durch die Zeit geradezu den physischen Organismus des Menschen zu beeinflussen vermöchten. Wie hätte Hans Castorp die Arbeit nicht achten sollen? Es wäre unnatürlich gewesen. Wie alles lag, musste sie ihm als das unbedingt achtungswertste gelten. Es gab im Grunde nichts achtenswertes außer ihr. Sie war das Prinzip, vor dem man bestand oder nicht bestand. Das Absolutum der Zeit. Sie beantwortete sozusagen sich selbst. Seine Achtung vor ihr war also religiöser und so viel er wusste unzweifelhafter Natur. Aber eine andere Frage war, ob er sie liebte. Denn das konnte er nicht, so sehr er sie achtete. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil sie ihn nicht bekam. Angestrengte Arbeit zerrte an seinen Nerven. Sie erschöpfte ihn bald. Und ganz offen gab er zu, dass er eigentlich vielmehr die freie Zeit liebe, die Unbeschwerte, an der nicht die Bleigewichte der Mühsal hingen, die Zeit, die offen vor ihm gelegen hätte, nicht abgeteilt von Zähneknirschen zu überwindenden Hindernissen. Dieser Widerstreit in seinem Verhältnis zur Arbeit bedurfte genau genommen der Auflösung. War es möglicherweise so, dass sein Körper, sowohl wie sein Geist, zuerst der Geist und durch ihn auch der Körper, zur Arbeit freudiger und nachhaltiger willig gewesen wäre, wenn er im Grunde seiner Seele, dort wo er selbst nicht Bescheid wusste, an die Arbeit als unbedingten Wert und sich selbst beantwortendes Prinzip zu glauben und sich dabei zu beruhigen vermocht hätte? Es wird damit wieder die Frage seiner Mittelmäßigkeit oder mehr als Mittelmäßigkeit aufgeworfen, die wir nicht bündig beantworten wollen. Denn wir betrachten uns nicht als Hans Castorps Lobredner und lassen der Vermutung Raum, dass die Arbeit in seinem Leben einfach dem ungetrübten Genuss von Maria Mancini etwas im Wege war. Zum militärischen Dienst wurde er seinerseits nicht herangezogen. Seine innere Natur widerstrebte dem und wusste es zu verhindern. Auch mochte wohl sein, dass Stabsarzt Dr. Eberding, der am Harvestehuderweg verkehrte, von Konsultin Appel gesprächsweise gehört hatte, dass der junge Castorp in der Nötigung, sich zu bewaffnen, eine empfindliche Störung seiner soeben auswärts begonnenen Studien erblicken würde. Sein Kopf, der langsam und gelassen arbeitete, zumal Hans Castorp die beruhigende Gewohnheit des Porter-Frühstücks auch auswärts beibehielt, füllte sich mit analytischer Geometrie, Differenzialrechnung, Mechanik, Projektionslehre und Graphostatik. Er berechnete geladenes und ungeladenes Deplacement, Stabilität, Trimmverlagerung und Metazentrum, wenn es ihm zuweilen auch sauer wurde. Seine technischen Zeichnungen, diese spannten Wasserlinien und Längsrisse waren nicht ganz so gut wie seine malerische Darstellung der Hansa auf hoher See, aber wo es galt, die geistige Anschaulichkeit durch die Sinnliche zu unterstützen, Schatten zu tuschen und Querschnitte in munteren Materialfarben anzulegen, Tat Hans Castorp ist an Geschicklichkeit den meisten zuvor. Wenn er in den Ferien nach Hause kam, sehr sauber, sehr gut angezogen, mit einem kleinen rotblonden Schnurrbart in seinem schläfrigen jungen Patrizier-Gesicht und offenbar auf dem Wege zu ansehnlichen Lebensstellungen, so sahen die Leute, die sich mit kommunalen Dingen befassten, auch mit Familien und Personalverhältnissen gut Bescheid wussten, und das tun die meisten in einem sich selbst regierenden Stadtstaat, so sahen seine Mitbürger ihn prüfend an, indem sie sich fragten, in welche öffentliche Rolle der junge Castorp wohl einmal hineinwachsen werde. Er hatte ja Überlieferungen, sein Name war alt und gut und eines Tages, das konnte beinahe nicht fehlen, würde man mit seiner Person als mit einem politischen Faktor zu rechnen haben. Er würde dann in der Bürgerschaft oder dem Bürgerausschuss sitzen und Gesetze machen, würde im Ehrenamt an den Sorgen der Souveränität teilnehmen, einer Verwaltungsabteilung, der Finanzdeputation vielleicht, oder der für das Bauwesen angehören und seine Stimme würde gehört und mitgezählt werden. Man konnte neugierig sein, wie er wohl einmal Partei bekennen würde, der junge Castorp. Äußerlichkeiten mochten täuschen, aber eigentlich sah er ganz so aus, wie man nicht aussah, wenn die Demokraten auf einen rechnen konnten und die Ähnlichkeit mit dem Großvater war unverkennbar. Vielleicht würde er ihm nacharten, ein Hemmschuh werden, ein konservatives Element? Das war wohl möglich und ebenso wohl auch das Gegenteil, denn schließlich war er ja Ingenieur, ein angehender Schiffbaumeister, ein Mann des Weltverkehrs und der Technik. Da konnte es sein, dass Hans Castorp unter die Radikalen ging, ein Draufgänger wurde, ein profaner Zerstörer alter Gebäude und landschaftlicher Schönheiten, ungebunden wie ein Jude und pietätlos wie ein Amerikaner, geneigt den rücksichtslosen Bruch mit würdig überliefertem, eine bedächtigen Ausbildung natürlicher Lebensbedingungen vorzuziehen und den Staat in vagehalsige Experimente zu stürzen. Das war auch denkbar. Würde er es im Blute haben, dass ihre Wohlweisheiten, vor denen der Doppelposten am Rathaus präsentierte, alles am besten wüssten? Oder würde er die Opposition in der Bürgerschaft zu unterstützen gestimmt sein? In seinen blauen Augen, unter den rötlich-blonden brauen, war keine Antwort auf solche Fragen mitbürgerlicher Neugier zu lesen. Und er wusste auch wohl noch gar keine. Hans Kastorp das unbeschriebene Blatt. Als er die Reise antrat, auf der wir ihn betrafen, stand er im 23. Lebensjahr. Damals hatte er vier Semester Studienzeit am Danziger Polytechnikum hinter sich und vier weitere, die er auf den technischen Hochschulen von Braunschweig und Karlsruhe verbracht hatte, war kürzlich ohne Glanz und Orchester Tusch, aber mit gutem Anstande aus der ersten Hauptprüfung gestiegen und schickte sich an, bei Tunder und Wilms als Ingenieur Volontär einzutreten, um auf der Werft seine praktische Ausbildung zu empfangen. An diesem Punkt nahm sein Weg nun erst einmal folgende Wendung. Zur Hauptprüfung hatte er scharf und anhaltend arbeiten müssen und sah, als er heimkam, denn doch noch matter aus, als es zu seinem Typus passte. Dr. Heideken schallt, so oft er ihn sah und forderte Luftveränderung, das heißt eine gründliche, mit Norderney oder Wick auf Föhr, sagte er, sei es dieses Mal nicht getan und wenn man ihn frage, so gehöre Hans Castorp, bevor er auf die Werft gehe, für ein paar Wochen ins Hochgebirge. Das sei ganz gut, sagte Konsultin Appel zu seinem Neffen und Pflegesohn, aber dann trennten sich diesen Sommer ihre Wege, denn Konsultin Appel bekämen ins Hochgebirge keine vier Pferde. Das sei nichts für ihn, er brauche einen vernünftigen Luftdruck, sonst kriege er Zufälle. Ins Hochgebirge solle Hans Castorp nur freundlichst alleine reisen, er solle doch Joachim Zimsen besuchen. Das war ein natürlicher Vorschlag. Joachim Zimsen nämlich war krank, nicht krank wie Hans Castorp, sondern auf wirklich missliche Weise krank. Es war sogar ein großer Schrecken gewesen. Schon immer hatte er zu Katar und Fieber geneigt und eines Tages war richtig auch roter Auswurf da gewesen und Hals über Kopf hatte Joachim nach Davos gehen müssen. Zu seinem größten Leidwesen und Kummer, denn eben stand er am Ziele seiner Wünsche. Ein paar Semester lang hatte er nach dem Willen der seinen Jurisprudenz studiert, aber aus unwiderstehlichem Drange hatte er umgesattelt und sich als Fahnenjunker gemeldet und war auch schon angenommen. Und nun saß er seit über fünf Monaten im Internationalen Sanatorium Berghof, dirigierender Arzt, Hofrat Dr. Behrens und langweilte sich halb zu Tode, wie er auf Postkarten schrieb. Wenn also Hans Kastorp denn schon eine Kleinigkeit für sich tun wollte, bevor er bei Tunder und Wilms seinen Posten antrat, so lag nichts näher, als dass er auch dort hinauf fuhr, um seinem armen Cousin Gesellschaft zu leisten. Für beide Teile war es hoher Sommer geworden, als er sich zu der Reise entschloss. Die letzten Julitage waren schon da. Er fuhr auf drei Wochen. Ich freue mich auf morgen. Bleiben Sie gesund. Tschüss.